meine mama rät englische wörter englische words und ihr müsst wissen sie kann ja ist schon lange her erste wort man was das hier diesmal useli was heißt das wenn man so ein bisschen uselig ist ja genau richtig siehst du kannst auch noch voll gut englisch krass krass zweite wort zu zumba zu zumba tanzen tanzen meinst du heißt das zumba genau richtig doch 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 krassen englisch krass wie wird das ausgesprochen zumba hättet ihr auch alle erraten so wie ich